Das Red Bull Skydive Team begleitet Eve Moves bei seinen Tanz in 2000 Metern Höhe. Auf einer winzigen Plattform unter einem Heißluftballon packt Eve Moves seine Tanzskills aus. Denn Eve Moves hat eine neue Maske, die er spektakulär präsentiert. Die Skydiver springen mutig hinterher und fangen die alte Maske. Würdest du dich auf die Plattform trauen?